herzlichen dank herr präsident liebe kolleginnen und kollegen wir haben uns glaube ich fast exakt vor drei wochen hier getroffen und haben dieses gesetz ins parlamentarische verfahren eingebracht und jetzt hatten wir vor einigen tagen diese anhörung die auch mit sachverständigen stattfand und die herr rosemann eben angesprochen hat und er hat sich bezogen vor allem auf die themen prävention und rehabilitation was richtig ist und ich möchte mal auch die zitate wiedergeben die es attraktiver machen im renteneintrittsalter zu arbeiten zumindest die zitate die sich auf dieses thema bezogen haben die deutsche rentenversicherung wir werden sicherlich mit dem neuen gesetz einen anreiz bekommen jenseits der regel altersgrenze länger zu arbeiten die bda bundesvereinigung deutscher arbeitgeber auf jeden fall hat dieses gesetzpotenzial das denken der menschen und längeres arbeiten zu fördern zth zentralverband des der zentralverband des deutschen handwerks hat gesagt zu den zu der neuen teilrente dass die neue teilrentenregelung auf jeden fall besser ist als die alte die caritas hat die prävention gelobt und dann kam kerstin kriese kerstin kriese ist keine sachverständige sondern die ausschussvorsitzende und sie hat dann zum schluss gesagt so viel lob haben wir selten gehört liebe kollegin liebe kolleginnen und kollegen ich will doch gar nicht verhehlen herr birkwald dass es auch in dieser anhörung kritik gab auch zu der sogenannten spitzabrechnung aber sie müssen doch zugeben sind ja auch schon ein paar jahre im parlament also ich persönlich habe selten eine anhörung erlebt die so positiv war auch in der in der zielsetzung und deshalb bin ich der festen überzeugung dass wir heute ein gesetz beschließen werden was gut ist für unser land und es ist richtig dass wir dieses tun werden herr kollege lillemann gestatten sie die zwischenfrage des kollegen bergwald schluss nicht während der rednerin dank er war eben bergwald hat eben gesprochen er bergwald ich sag auch was zu ihrer rede sofort und dann können sie gerne im anschluss erwidern natürlich wird dieses gesetz und das muss man auch frank und frei zugeben keine wunder bewirken natürlich ist es ein erster schritt hin zu einem paradigmenwechsel alterneu denken ich glaube das muss das ziel sein dass die menschen die freiheit haben selbst zu entscheiden wann schluss ist und war nicht schluss ist und dafür haben wir drei dinge eigentlich umgesetzt erstens die den arbeitsrechtlichen teil dass es in zukunft erlaubt ist befristete verträge im rentenalter zu verabschieden das gilt jetzt schon seit einiger zeit das gehört auch zu dieser flexi rente zweitens herr rosemann hat es angesprochen dass diejenigen die länger arbeiten auch ihre rente erhöhen können durch die zusätzliche arbeit dafür arbeiten sie ja im moment geht das noch nicht und die meisten menschen wollen rente beziehen und dann zusätzlich arbeiten und im moment zahlen die arbeitgeber beiträge die kommen in einen großen topf und sind weg und in zukunft gibt es zusätzliche rentenerhöhungen für zusätzliche arbeit und der letzte punkt die deutsche rentenversicherung wird neu informieren wird besser informieren über die möglichkeiten des längeren arbeitens und im moment ist es leider noch so es ändert sich gerade dass die rentenversicherung so tut als ob es gar keine alternative gibt als die des renten eintritts und das wird sich jetzt ändern herr bierkwald wenn sie sagen der geist der flexi rente ist arbeiten bis zum umfallen der muss sich schlicht sagen dass das erstens falsch ist zweitens irritiert es mich weil ich ihnen nicht zugetraut hätte dass sie dieses gesetz so falsch überhaupt verstehen können denn bei diesem gesetz geht es darum erstens die menschen in die lage zu versetzen durch präventive maßnahmen überhaupt länger arbeiten zu können und zweitens das längere arbeit attraktiver zu machen und die menschen und damit muss endlich schluss sein dürfen nicht den eindruck haben dass wir den einreden dass es alle nur deshalb machen um mehr geld zu verdienen ja die wird es geben aber es geht im kern beim längeren arbeiten um wertschätzung um soziale teilhabe man will nicht zum alten eisen gehören man will keine vollbremsung in rente und nicht von 100 auf null und diesen geist müssen wir leben und nicht den geist der linken dass es hier um zwangsarbeit geht sondern es geht um freiwillige arbeit im längeren alter und deshalb muss sich die rentenpolitik der zukunft an zwei polen orientieren erstens für diejenigen da sein die nicht länger arbeiten können aus psychologischen körperlichen oder aus welchen gründen auch immer und auf der anderen seite anreize zum längeren arbeiten setzen dass wir irgendwann mal dahin kommen weil wir länger leben dass wir auch die lebenserwartung koppeln müssen an die lebensarbeitszeit die rentenbezugsdauer beträgt heute 20 jahre 1960 zehn jahre 1965 15 jahre heute leben wir 20 jahre länger eine gruppe habe ich jetzt nicht angesprochen dies auch mit diesem gesetz überhaupt nicht betroffen nicht tangiert das sind beispielsweise die 50 bis 60 jährigen die unverschuldet in die arbeitslosigkeit schlittern und hier haben wir offenkundig ein problem und hier gibt es auch von meiner seite ein appell an die wirtschaft ganz klar auch signale hier zu setzen dass man diesen menschen zwischen 50 und 60 die unverschuldet in die arbeitslosigkeit geraten sind auch eine chance gibt viele wissen nicht dass es beispielsweise eine sogenannte 52 er regel gibt dass diejenigen mit 52 in die arbeitslosigkeit gehen dass man dort befristet für fünf jahre arbeitsverträge abschließen kann das ist der appell deshalb ist die rentenpolitik die flexirente eine brücke in die zukunft der rentenpolitik der zukunft und ich möchte mich bedanken sowohl bei unserer fraktion als auch bei der bei dem koalitionspartner gerade auf der zielgeraden war die abstimmung konstruktiv ich möchte mich bedanken bei den mitarbeiterinnen und mitarbeiter der fraktionen ich denke an thomas bogowski und andere herzlichen dank für die aufmerksamkeit jetzt hat der kollege birgwald die gelegenheit für die kurzintervention jr jr jr